du hast nicht mal den vogel getroffen, du vogel. so den hasen, den schieße ich mir auch. ja sorry liebe tierschützer, aber das muss sein. ja survival ist survival. survival ist survival, genau. also ich habe mich schon mal so raufgelegt, aber noch nicht gegessen. ja das habe ich jetzt gegessen, ach so, ne ist ja okay, jetzt machen wir so frei. ach scheiße. ja, ja, wie schön, wie schön, dass die rollen noch mal verdaut sind. oh, sind das viele, guck mal wie viele es sind. ach du scheiße. sieben leute, acht leute. ein haufen gollums unten, ne das ist zu viel. doch, da kommt einer, achtung, sag ich doch, die haben uns getriggert. mach mal kalt, die kümeln nagen. das ist nur so ein hässlicher hier. ein fluffi. kann ich. der kann nicht. oh, fuck. ich kann nicht zielen. zuck. oh, voll in die eier. nein. ah, fuck, schon wieder. guck mal, es werden immer mehr, ach du scheiße. oh, da oben auch noch, alter scheiße. alter, eine invasion. alter, sind das viele. ich glaube, so viele hatten wir noch nie. in der zwischenzeit lasse ich einen vogel auf meine hand landen. eine kleine auszeit. dünn, 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 dünn. ja. wie viele hast du schon gekütert, wie viele leute, hm? na, noch gar keine. du etwa? ich auch nicht. also perforiert sind sie fast alle schon mal, glaube ich. penetriert? was? nicht penetriert, dann was du wieder denkst. was du da hinten anstellst. ey, wie die gollums hier? man muss da mal stehen? nein, man, 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 tt, tt, tt. ja, deiner ist umgefallen, jawoll. endlich, sehr gut. ja, hey, da liegt der. ach du scheiße. guck mal da oben. ach, da oben sind... siehst du das? galoppelheinz. ja, ja. der, er seuft. der ist außergelaufen. der ist außergelaufen. muschiglaus ist ins wassergelaufen. ja, endlich war er freundlich. jo, der hat sich selbst geopfert. So, ah ja, hier waren wir auch schon. Hier ist unsere Markierung. Ja. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest mit dem Lucky Luke. Mal wieder. Und äh, ich spinne der Maximum. Hallo. Ähm, gut, wieder raus aus der Höhle und wir sind, ähm, nun ja, hungrig und durstig schon mal. Ich meine, ich wollte was anderes sagen, aber... Pass auf, komm mal erst mal her. Warte mal. Komm mal her. Ach, verdammt. Du hast nicht mal den Vogel getroffen. Nee, ich hab noch nicht mal den Vogel getroffen. Naja, naja. Ja. Ich brauch jetzt auf jeden Fall erstmal was zu futtern. Und zu trinken. Ich hab ja gerade ein Tier geschlachtet. Okay. Was zu trinken brauche ich auf jeden Fall auch ziemlich dringend. Aber dummerweise... Dummerweise... Also was mir gerade so schlagartig einfällt, wir wollten ja... Ich hab ja letztes Mal, glaube ich, angedeutet, dass wir eventuell in der Nähe des... des Arschs der Welt... Äh... Das ist das Poloch. Oh, hier rinnt ja ein Haufen Zeug rum. Äh... Ja. Dass wir da eventuell auch nochmal fündig werden bezüglich... Ähm... Huch, das war komplett daneben. Eines Höhen-Eingangs. Und ähm... Da endlich mal... Äh... Ja, die... Ja. Die ersehnte Karte finden. Äh... Ja, das ist schon platt. Sehr gut. Ähm... Ich mach mal schnell hier so ein... Ja, also... Erstmal auf jeden Fall hast du recht. Wir müssen das finden. Und da werden wir uns... Oder... Ich würde ja viel besser finden, wenn wir mal die Tore ausrüstufen würden. Ja, das ist natürlich... Ja, bevorzugt natürlich das. Klar. Stimme ich zu. Ähm... So, den Hasen, den schieße ich mir auch. Puff. Oh, ach. Äh... Ja, sorry, liebe Tierschützer, aber das muss sein. Ja. Survival ist Survival. Survival ist Survival, genau. So. Ähm... Jetzt ist die... Ich hab ein Feuer. Ja, aber ich hab nichts zu trinken. Egal. Da muss ich... Vielleicht sind die Blaubeeren mehr? Da muss ich... Doch. Ja, doch. Stimmt, dann nehm ich die erstmal. Okay, gut. Danke für den Tipp. Vergesse ich immer wieder. So. Ich glaube, was ordentliches wächst, necken wir auch nicht so schlecht. Kann ja auch mal was draufpacken hier. So. Zack. Hau ich den Hasen drauf hier. Hä? Was war das? Gut. Das bietet sich an. Hast du schon was gegessen? Nee. Gut, dann hau ich den Hasen drauf. Also, ich hab mich schon was draufgelegt, aber noch nicht gegessen. Ja, das hab ich jetzt gegessen, weil... Ich war immer so frei. Ach so. Nee, ist ja okay. Was ist das denn? Brauch eine. Hier kannst du was nehmen hier. Greif zu. Ja, gleich, wenn's gar ist. So hungrig bin ich nun auch nicht. Jetzt. Jetzt. Jetzt ist es soweit. Ach Gott, hier bin ich ja nicht mal satt geworden von... Na, dann soll ich dann Schnitzel draufhauen hier? Nein, reicht. Hier sind nur noch zwei Dinger. Okay. Zwei Arme oder sowas. Zwei Arme? Habe ich sowas auch noch? Ja, zwei Beine. Boah, scheiße. Ja, ach, ja. Wie schön... Wie schön, dass die Rollen nochmal verdammt sind. Ach ja. Sehr gut. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, wir machen uns auf den Weg, äh, auf die andere Insel. Äh, Blödsinn. Auf die andere Seite, oder? Wenn ich wüsste, dann lang, dann... Also ich würde fast behaupten, so am, 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 äh, na, an dem Felsen da, an dem Berg vorbei, rechts. An dem Weißen da hin, äh, da oben, ach du scheiße, da oben laufen, ich glaube, vier, habe ich gesehen. Okay. Oh, verdammt mich. Ja. Ja. Okay, dann lass uns mal Wasser suchen. Wie spät? Ähm, ich werde... Mittag. Ich wollte dir noch die Kassette geben. Gib mich mal die Kassette, jawohl. Äh, wie hieß es bei dir? Welche hast du? Landschuss, Megan hast du nicht. Nein, nein, ich habe die, äh, äh, Megan's Arrival, glaube ich, halt, äh, habe ich. Ich muss gerade mal hier die Augen aufhalten, weil da oben liefen die, wie gesagt, welche rum. Ich bin momentan... Mach denn die Möwe da? So. Hier. Ja, huch. Dann... Hä? Ja, doch jetzt. Okay, dann werde ich sie mir mal kurz... Ich kriege wieder. So, also, mit dem Megan... Zack, und jetzt gucken wir uns das gleich nochmal an. Ja. Ähm. Das ist ein Mädchen, oder? Das ist keine Frau. Ja, hm. Aber wer ist das? Wer kann das sein? Na, Megan. Ja, Megan. Den kennt man doch. Woher denn? Hey, wir schmeißen hier mit Möwen rum. So, lass uns losziehen, glaube ich. Ja. So, ich habe hier nochmal ein Lod übergestriffen. Sehr gut. Ich habe gar keine Rüstung mehr, aber es, äh... So, wo wolltest du jetzt hin? Richtung Eisberg, ja? Naja, äh... Nicht direkt zum Eisberg, sondern vielleicht rechts daran vorbei. Äh... In der Hoffnung, wir erreichen die andere Seite der Insel. Also, weißt du, Richtung Poloch. Zum Poloch. Zum Poloch. Und da ist, äh... Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen, auch noch mal einen Höhleneingang. Oder hatten wir den nicht gesehen? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, äh... Bin ich mir ziemlich sicher. Das dauert ich's. So, und immer mal schön... Die Augen offen halten. Oh, oh, die werden böse sein jetzt. Stickies mitnehmen. Hast du vergessen, oder? Ach, ich frage mich, ob es unseren Hasen gut geht. Ja, jetzt stimmt ja. Der hat da gar nichts zu fressen gehabt. Doch. Ich hab mir noch ein paar Beine reingeschmissen. Na klar. Unser Kannibalenhase. Genau. Oder hinten stehen's ein paar. Warte, ich bin... Auf dem Weg, warte mal. Äh, warte mal, nicht einfach schießen. Lass die mal ruhig, äh... Wir müssen ja nicht jeden... Nee, nee, ich wollte mich noch vorbereiten. Okay. Ja. Hm. Was machen die denn da? Jetzt ist das Haus davor. Seh ich nichts. Oh, sind das viele. Guck mal, wie viele es sind. Ich seh grad... Nur einen. Ach, jetzt seh ich den nächsten. Jemand heran. Ja, 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 ja. Ach du Scheiße. Das sind ja bestimmt... Ein Haufen Gollums unten... Sieben Leute, acht Leute. Nee, das ist zu viel. Entweder... Das ist die Frage... Oh, ja, oh, ja. Da sind noch ein paar große bei. Aber die können wir da rum. Ja. Ja, das ist... Entweder oben lang oder warten, bis die abhauen. Nee, dann lieber oben lang. Ja, aber oben lang. Kann ewig dauern. Okay, versuchen wir oben lang. Na, pass auf. Nicht, dass die uns triggern. Ja, oder so. Hock dich mal lieber hin. Hier, das bist du. Ich bin auch gehockt. Jetzt, ja. Was machen die da? Warten die? Das ist bestimmt Galoppelhain. Ein großer kommt uns entgegen. Ja, irgendwie. Weil wir die probieren abzuknallen. Oh, oh, ich glaub. Komm, wir warten auf die. Nee, jetzt haben sie uns... Komm, wir gehen hier mal weg. Jetzt haben sie uns getriggert, glaube ich. Nee, nee. Meinst du nicht? Nee, nee, nee. Ich hab geschrieben. Ich hab auf jeden Fall was schreien hören. Ist ja komisch, dass du mal was hörst. Ja, ist merkwürdig. Doch, da kommt eine Achtung. Sag ich doch, die haben uns getriggert. Scheiße. Nee, mach mal kalt, die Pümmelnasen. Warte. Oh, scheiße. Oh, fuck. Der Arschkeige, du. Aber ist so ein hässlicher hier. So ein Schluffi. Der kann nicht. Der kann nicht. Äh, äh. Oh, fuck. Wo bist du? Oh, die Plänen hässlichen, die sind ja schlapp. Oh, ich muss, ich muss gerade mal. Ich muss gerade mal weg. Ich kann nicht rennen. Ah. Mann, warum bin ich so schnell platt hier? Schieb. Ah. Ich kann kaum hauen. Ich hab... Meine Ausdauer ist sowas von dermaßen. Der musste warten, nicht rennen. Ja, ja, ja. Ich renne ja gar nicht. Ich kann ja sowieso nicht rennen. Ich geh mal kurz ins Wasser hier. Okay, in der Zwischenzeit kann ich mal hier Pfeil und Bogen nehmen. Alter. Warum ist das so viele hier? Ich kann nicht zielen. Wird da mal stehen? Sie sind ja auf meinem Stein gewesen. Ich kann nicht zielen. Zuck. Oh, voll in die Eier. Ich glaube, ich hab ihn... Die flitzen und flitzen. Ich kann gar nicht hier richtig zielen. Jetzt aber... Äh, weiß gar nicht, hab ich getroffen? Habe ich den in die Augen geschossen? Hau ab! Nein! Ah, fuck, schon wieder. Ey, wie trefft der mich denn? Ich muss das Wasser... Ah, ja, hier ist ein Stein. Nein, da kann man auch hier aufstellen. Das ist natürlich nicht schlecht. Puff. Treffer. Oh, der Ende ist im Wasser gelandet mit dem Sturm. Zack. Und nochmal. Oh, hier bei denen sind ja auch noch so viele. Guck mal, die haben noch mehr. Scheiße. Ja, 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 ja. Oh, da oben auch noch. Alter, scheiße. Alter, ne Invasion. Scheiße, das sind viele. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie. Ne, noch niemals. Boah, ey. Äh, 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 noch nie so viel. Äh, die bleiben aber auch nicht stehen hier. Ich glaube, ich komme zu dir auf den Stein bei mir ran hier manchmal lang. So, zack, Treffer. Ich habe fast kleine Munition mehr, glaube ich. Fuck. Du musst dir welche basteln noch? Ja, ja. Äh. Ich hält hier mal einer still. Oh, in der Zwischenzeit lasse ich einen Vogel auf meiner Hand landen. Eine kleine Auszeit. Ja. Oh, nee. Ah, bleibt aber stehen. Ich will hier nicht unbedingt einen Pfeil verbraten. Habe ich, ich habe schon zwei verbraten. Ah, fuck. Da muss ich wirklich ein bisschen konzentrieren mal. Ach, warte. Ja, den habe ich getroffen. Wie viele hast du penetriert, wie viele Leute, hä? Na, noch gar keine. Das liegt ja noch keiner. Du etwa? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Da siehst du. Noch eine habe ich. Also perforiert sind sie fast alle schon mal, glaube ich. Zack, den habe ich getroffen. Penetriert? Was? Nicht penetriert, dann was du wieder denkst. Das ist ja nicht, was du da hinten anstellst. Ja, wieso? Du bist doch noch nachts immer unterwegs und knüppelst die Leute hier. Okay, ich glaube, ich habe noch einen Tod. Nein, Mann, verdammt mich. Hä? Kommt das hier? Ey, wie die Golems hier. Man bleibt da mal stehen. Nein, Mann, Mann. Die bleiben nur ganz kurz stehen, manchmal. Ja, genau. Ha! Fallen was soll das? Die hat ja schon zwei Pfeile zu stecken, glaube ich. Der müsste da mal umfallen hier. Ja, die manchen, die halten echt unglaublich viel aus. Ich habe nichts mehr. Aber jetzt muss man... Wie war das nochmal? Scheiße, Hintag. Ach. Äh, was war das nochmal mit den Pfeilen basteln? Ich habe es schon wieder verpeilt. Ah, hilf mir. Ein Stock. Ein Stock. Ja. Und? Feder. Was? Ach, Federn. Ah, verdammt mich. Ja. Sehr gut. Hä? Guck mal, die sammeln sich hier vor dir. Oh, der ist eigentlich schon vor dir? Hören! 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 Ich bin... Oh, oh. Vor allem, der konnte gerade durchs Wasser. Wieso konnte der nicht so... Scheiße. Ich gehe mal auch ins Wasser. Oh, ich bin so platt. Fast. Warte mal, ich muss... Trinkt was oder ist was? Nee, das ist das... Ja. Oder mit Medizin. Ja, warte, warte, warte. Vor allem, mancher können die ganz schön weit ins Wasser. Das gefällt mir nicht. Nimm mir auch nicht. Muss ich Medizin nehmen, was soll's. Zack. Oh. Ja, deines umgefallen. Jawohl. Endlich. Sehr gut. Ja, da liegt er. Ihr hattet schon zwei oder drei Pfeile zu stecken. Also Brandpfeile sind am besten. Mach Brandpfeile. Na, ich hab auch noch einen. Haha, ich hab schon zwei. Sehr gut. Es werden weniger, kann das sein? Und die weißen? Ja, na klar. Wenn wir ein paar töten. Aber es sind weniger geworden, auf jeden Fall. So viel haben wir noch nicht getötet. Ich hab... Äh... Jetzt hab ich einen Rucksack hier. Was soll das denn jetzt? Okay. Boah. Ja, langsam ab. Mh. Da ist schon Feuerchen und holen uns wieder Rüstung. Ja. Wie viele haben wir denn jetzt? Zwei oder drei? Vier laufen... Also ich hab zwei hier bei mir liegen. Ach du Scheiße. Guck mal da oben. Ach, da oben sind... Siehst du das? Galoppel, Heinz. Ja, ja, ja. Scheiße. Was sollen das? Haben die sich jetzt verstärkt oder was? Vielleicht haben wir Glück und die laufen vorbei. Ich denke, die laufen vorbei, ja. Das war die Vorhut wahrscheinlich von denen, die... Ja, Soldaten oder was? Keine Ahnung. Die laufen... Alter. Guck mal, da ist aber noch ein dicker Super bei denen. Das ist ein... Muschi, Klaus und Kaloppel. Ei. Bleib du fern. Ja, aber hier kommt noch so ein anderer. Wie kommt da ein anderer? Wie meinst du? Ähm... Kommt der jetzt von mir gehandelt? Na, ich hoffe nicht. Aber wir müssen ja drei Pfeile und der ist tot. Ich habe keine Bannpfeile mehr, leider. Na, macht doch welche. Na, ich habe ja wieder... Ich habe ja alles verbastelt. Oder? Warte mal. Ach so. Ne, geht nicht. Dann muss ich... Ey, warum kann ich hier jetzt nicht normal... Okay, wenigstens normale Pfeile. Vielleicht hilft das. Was war denn das jetzt gerade, ey? Scheiße. Achtung, Vorsicht. Der ist um. Jawohl. Und Muschi, Klaus auch noch. Zack. Wir waren von dir auf den Stein. Ja. Äh, warte mal. Ich habe... Ne, scheiße. Ich habe keine Dynamitstange mehr. Kann ich ja nicht mit dem Flair... Kann ich mit dem Flair auch was ausrichten? Wahrscheinlich nicht, oder? Ne, ne. Ey, wo ist denn der hin? Der ersäuft. Sehr gut. Ob der... Der ersäuft. Der ersäuft. Der ist ins Wasser gelaufen. Muschi, Klaus, ist ins Wasser gelaufen. Endlich mal ein Abfall. Jo, der hat sich selbst geopfert. Oder er taucht jetzt hinten wieder auf. Alter, haben wir jetzt... So, ich habe jetzt wieder ein paar Brandpfeile gemacht. Der ist platt. Ich glaube das nicht. Ich habe ja auch schon einen gekillt. Poff. Ich habe ja schon einen abgeknallt. Was meinst du denn jetzt überhaupt? Na, Galoppi, Heinz. Ja, ja, ja. Habe ich ja gesehen. Ja, ja. Der ist... ...hinüber. Und Muschi, Klaus, hat sich selbst geopfert. Na, das finde ich ja nicht schlecht. Das könnte eigentlich so weitergehen, oder? Mit den anderen Heinis ja auch. Aber... Aber wie kann ich meine Brandpfeile nicht mehr anzünden? Nass geworden? Ich habe... Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr. Ne, warte mal. Kann ich nochmal? Ne, habe ich nicht. Ich kann nicht. Scheiße. Ich habe keine Pfeile mehr. Oder doch, einen habe ich... Ne, habe ich nicht mehr. Ich kann nicht. Ich habe nichts mehr zum Basteln. Jetzt wird es auch noch dunkel. Das ist natürlich wunderschön. Scheiße. Ich kann meine Pfeile nicht mehr anzünden. Warum? Stehe ich zu tief in der Scheiße hier? Oder was ist das? Ja, hast du nass gemacht wahrscheinlich. Vielleicht hat es... Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir das ja mit bedacht. Rutsch mal ein Stück. Wie denn? Ist ja vorbei. Der Knochen hier, der hat mir dann sogar verfelsen. Kann ich meine Brandpfeile nicht anzünden? Was soll das? Ja, die sind nass geworden. Sag ich doch. Quatsch. Ja. Du bist nass geworden. Nein. Das ist so. Mann, ich fall immer vom Knochen... Ein fetter Rucksack stößt mich immer ins Wasser hier. So, hauen die jetzt mal ab oder was? Keine Ahnung. Habe ich noch irgendwas zu essen? Dann bin ich auch mal aus der Suppe raus hier. Ne, habe ich nicht. Ich muss dann auch langsam mal wieder was zu futtern machen. Äh. Wett. Ja, ihr könnt mal langsam verschwinden. Oh, da hinten rennt noch so ein... Ach, das ist der... Ja, entweder... Ich muss zwar ne Fackel hier hinschmeißen, vielleicht. Schade, dass die Flares nichts ausrichten. Aber du kannst mal eine hier hinschmeißen, dass wir was sehen. Ja, warte. Okay. Ich gehöre es ans Ufer. Zack. Voll in den Schäden. Also tot. Ich habe ihn in den Kopf geschossen, der ist tot. Sehr gut. Komisch. Und ich habe nichts mehr zu trinken. Ich brauche ein Schnäpschen. Ich trinke ein Schnäpschen. Hilft ja nichts. Zu essen... Ich habe noch Blaubeeren. Ich höre mal. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Was mit ihm hier? Der kann auch langsam mal verschwinden. Wie viele Blaubeeren habe ich noch? Ich habe noch vier. Ja, aber hier links auf meiner Seite, auf der Flanke, entweder riskiere ich es jetzt und renne ans Wasser. Äh, ans Ufer. Und dann wohin? Na, wir müssen mal kämpfen. Weil ich glaube nicht, dass die verschwinden hier auf meiner Seite. Aber kämpfen? Wir sind jetzt so gut, so weit die kommen jetzt. Ja, ich weiß. Haben wir eigentlich was in der Nähe zum Speichern? Nee, haben wir nicht. Also ich sehe auch nicht, ob wir was in der Nähe ist. Ist blöd. Keine Richtung, äh, keine... Na. Entfernungsangaben hier. Jetzt wird mir kalt. Ist doch nicht wahr. Tja. Man, jetzt reicht mir das aufhandsa mit den Typen da. Ja. Ich gehe mal auf die rechte Seite, da wo du... Wo ich vorher den Flair hingeworfen habe. Du kannst mal beobachten, ob die anderen da ankommen. Ich versuche mal, den zu plätten da. Was soll's? Ist mir jetzt zu blöd. Hü? What? Hau ab. Weg. Wenn die alle ankommen, muss ich wieder ins Wasser. Aber... Wenn nur einer ankommt... Ja, weil... Einmal habe ich schon... Wir gehen mal umboxen, mal schnell, oder? Ey, was hat denn der... Achso, einen Pfeil zu stecken. Ich wundere mich gerade, was hat denn der da am Hals? Hör los, komm her! Äh, wo bist du? Da, wo ich die Flair vorhin hingeworfen hatte. Ja, jetzt kommt noch einer an. Am Land? Verdammt. Ja, ja, ja. Also hier am... Am Ufer. Ich kann bloß nicht richtig... Ey, was nu? Wo sind die jetzt? Ach, da bist du. Am besten machen wir uns irgendwie in dem Ding. Ein Feuerchen. Hier in dem... In dem Kanister da? Äh, Container? Ja, wir machen uns einen Zaun rum. Ich glaube, die hauen ab, kann das sein. Aber wir gehen schnell zum Container. Ja. Wir rennen schnell zum Container. Mann, das waren echt viele. Das waren richtig viele. Ja. Ich glaube, die sind verschwunden. Ein Glück. Guck mal, hier haben wir noch ein Feuerchen. Und wir haben nichts zu trinken. Nee, das ist ja das Doofe. Nur, nur Buß. Also Alkohol. Machen wir das Feuer ein. Das war zu essen draufschmeißen. Ja. So, einmal liegt was drauf. Ich habe auch zwei aufgeschmissen. Okay. Waren wir jetzt zum Speichern bauen? Ja. War ich auch gerade dran gedacht. Ist nicht so schlecht, glaube ich. Ich würde fast behaupten, wir haben hier irgendwo was zu speichern. Aber wenn du nur... Nee. Oder? Wir können ja speichern in die Nacht. Oh, aber was. Warte. Warte. Ah, verdammt. Feuer ist aus. Scheiße. Mist, wie komme ich denn jetzt ran? Nee, da müssen wir die Dinger dann mal runternehmen hier. Okay, mehr Stöcke habe ich leider nicht. Okay, sieben brauchen wir noch. Warte, einen Moment. Nee. Okay. Gut. Speichern können wir schon mal. Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Das Feuer ist zusammengebrochen. Okay, erst mal... Wir speichern erst mal. Speichern. Kurz vorm Verhungern, wir speichern. Ja, sehr sinnvoll, ja. Also Hunger geht bei mir noch. Also es ist doch knapp zwei Drittel voll, mein Magen, aber... Nee, wollen wir leider nicht. Ist jetzt das Fleisch auch weg? Wollen wir schlafen? Ja. Nee, ich habe es in der Tasche noch. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ja. Dann schlafen wir mal. Stickies, Stickies. Wegebumst. Nee, leider nicht. So. Ein wunderschöner guten Morgen. Ja, gut. Ist relativ. Geht so. Naja, zumindest haben wir den Abend überstanden. Können wir ein Feuer machen hier drin? Mal gucken. Ich glaube ja. Moment. Aber schön am Rand, dass wir nicht reinlaufen. Hä? Äh. Oh. Äh, wo ist das? Ach du Scheiße. Und drunter, oder? Ja. Das war nix. So, doch am Rand. Äh, draußen bauen. Ja, hier passt auch zu regnen. Okay, ich mache jetzt mal ein Feuerchen nochmal. 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 So, ein... Halt. 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 Schildkröte? 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 Wir brauchen deinen Panzer. Ah, warte mal. Ich habe da noch einen Panzer. Ich habe einen Panzer. Ich habe keine Stickies mehr. Scheiße, ich hole... Ich gucke schnell. Au, verdammt. Jetzt bin ich durchs Feuer... Das Feuer gerannt. Huch. Hat gerade einen Soundbug. Fuck. Das geht leider nicht. Okay. Super. Und zack, Regen vorbei. Bitte. Wärts ganz schnell voll. Wenn wir das jetzt schaffen, da... Wenigstens einmal richtig was trinken. Ja. Das wäre der Burner. Das wäre der Burner, genau. Ich könnte Alkohol ohne Ende trinken, aber... Ne, ohne Ende auch nicht. Scheiße, jetzt hört es auf zu regnen. Das wird gleich. Da ist noch nichts drin. Ein Fürzchen ist da drin. Ja, ein Mini-Fürzchen. Scheiße. Scheiß, Drecke. Das ist nur die Schuld von der Taube hier. Möwe meine ich. Ah, Mann, 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 Mann. Die ist auch ein Feuer. Oh, wir sind so Deppen, ey. Brennt sie noch? Ne. Aber wir können es anziehen. Das fängt nochmal doll anzuregnen. Ja, ist doch gut. Warte mal, ich versuche mal hier... Alles voller Cola-Flaschen. Komm, ich denn jetzt hier rein? Alles voller Cola-Flaschen. Cola? Ne, leider nicht. Ah, das wär's doch. Scheiße, hier ist nichts. Aber Suff ist auch gut. Ja. Ah, hier, was liegt denn hier? Ah, Suff. Hab ich genug. Nicht. Nee, hier liegt überall, überall. Ja. Aber hier muss es doch irgendwo auch dann... Alles voller... Ach, guck mal, hier sind unsere kleinen... Unsere Bänke. Und noch ein Feuer, Alter. Der ganze Strand ist voller Feuer. Unser 274. Feuer hier. Oh, weia. Ach, Mensch. Kannst du dich daran erinnern, was wir hier machen wollten? Ja. Haben wir auch gemacht. Sag mal, äh, warum? Huch. Ach nee, alles klar. Nichts gesagt. Ach nee, nee, nee. Was denn? Wir haben zwei Mutti-Klauses vorberaten, ne? Ein Vogel abgeschossen hier. Mit einem Stein, auch nicht schlecht. Sehr gut. Abgeworfen heißt es aber eigentlich. Was hab ich gesagt? Abgeschossen. Ja, abgeworfen. Ein Stein. Na, ist egal. Mich verzeih dir nochmal. Los, komm jetzt her. Ja, warte mal. Wir müssen was trinken. Ich hoffe, dass wir jetzt was drin in dem... In der Schildkröte. Schildkröten-Saft. Ich hab... Ich bin auf Federjagd hier. Fehler. Nein, Federjagd. Und noch ein Vogel. Zack. Und noch einer gleich hinterher. Achtung. Zack. Jawoll. Ach, warte mal. Die Federn darf ich natürlich nicht vergessen zu sammeln. Und nochmal Federn. Hohoho. Zaufeier ist... Ist mies. Kann gar kein Fleisch mehr aufnehmen hier. Die armen Vögel müssten sterben. Alles nur wegen den Federn. Oh, schöner Regenbogen. Oh, oh. Ich glaub, das ist nur ein Schluck. Ja, soll's. Dann muss ich auf Eierholz zurückgreifen. Ich gönne mir jetzt einen Schluck. Vielleicht bleibt mir noch was für dich übrig. Komm mal her. Kannst du noch rinken? Ich will bloß nicht rennen, dann verberate ich so viel Energie, deswegen. Und dann gehen wir mal weiter. Ja. Ich will mir noch einen neuen Schildkrötenpanzer. Willst du einen haben? Hier kommt grad... Ach, das ist ja auch noch eine. Schildkrötenpanzer, ja. Ich werde ein Spezies. Wir brauchen eigentlich nur einen, oder? Brauchen wir nur einen Schluckrötenpanzer? Ja, erstmal schon. Dann lassen wir die armen... Wenigstens die eine armen Leben hier. Und, äh... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich wollte gerade sagen... Folgenpäustchen. Wir gehen weiter. Ach so. Jo. Das ging schnell. Das ging schnell. Warte mal. Ach so, genau. Das wollte ich auch noch probieren. Moment. So. Noch eine Federeinkel. Äh, nee. Da ist nichts mehr. Scheiße. Was soll's? Ich trinke eher einen Schluck. Nächste Mal. Nächste Mal ist was voll wieder. Ja, genau. Aber wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge. Was soll's? In der wir endlich mal zu Potte kommen und, äh, auf die andere Seite der Insel versuchen zu gelangen. Ja. In der Hoffnung, da einen weiteren Höhleneingang zu finden. Und dann auch endlich die Karte, die ersehnte Karte der, äh, Höhlen. Ich würde es ja viel geiler finden, wenn wir... Die Tauchereinrüstung. Ja, das ist, äh... Und die Tauchereinrüstung. Ja, beides am besten. Gleichzeitig wäre natürlich optimal, was natürlich nicht passieren wird. Aber wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge, sagen wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich seh's in der Feinde. Ja. Na toll. Mal sehen. Also dann. Bis denn dann. Tschüss. Ciao.